Dann entzieht die Banane dem Körper die Mineralien, damit diese Gärung aufhören kann und damit es verdaut werden kann. Das heißt, ich werde im Winter sehr viel frösterlicher, kriege eine Grippe wegen einer Banane. Hallo David, herzlich willkommen zurück bei Welt der Gesundheit TV. Mein Superstar hier. Wir haben uns Ewigkeiten übergesehen. Wir haben gerade überlegt, wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben, aber es ist so lange her, dass wir es gar nicht mehr wissen. Du sagst es. Umso schöner wieder hier sein zu dürfen. Danke für diese Möglichkeit. Nach den tollen Interviews, die wir hingelegt haben, wird es heute wieder spannende Informationen geben. Auf alle Fälle. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder öfter mal Interviews führen, aber wir hatten wirklich beide einfach keine Zeit. Wir waren einfach terminlich so voll, aber heute steigen wir ein mit, was wirklich in unserem Essen steckt. Gefährliche E-Nummern. Wir haben ja immer so schöne Lebensmittel-Interviews gemacht. Die kamen auch eigentlich, glaube ich, immer sehr, sehr gut an. Heute reden wir über E-Nummern. Vielleicht kannst du uns überhaupt erstmal einen Überblick darüber geben, was Lebensmittelzusatzstoffe überhaupt sind und warum sie überhaupt in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Sehr richtig. Also der Begriff E-Nummern, das ist so ein Spukgespenst, das irgendwie rumspukt. Aber eigentlich sind es ganz viele Einzelstoffe. Zum Beispiel Konservierungsmittel, Aromastoffe. Also wir können ja mal die einzelnen durchgehenden Konservierungsmittel sind da, damit die Lebensmittel möglichst lange haltbar bleiben. Weil es geht viel in Richtung Convenient Food. Man mag es möglichst, also der Supermarkt mag es möglichst, dass sie lang im Regal haltbar sind, die Sachen. Und der Kunde mag es lang im Kühlschrank haltbar. Das heißt alles darauf aus, dass sich möglichst keine Diversität an Bakterien entwickelt. Ihr hört schon, wohin es geht. Es geht in Richtung Antibiotisch. Denn wenn man es nicht fermentiert, um es zu konservieren, wird Folgendes gemacht. Mit Salz, ganz viel Zucker oder eben anderen Konservierungsmitteln, von denen es unendlich viele gibt, die dabei gemischt werden, damit sich das nicht weiterentwickelt, damit es quasi stabil bleibt. Genauso gibt es Emulgaltoren, die werden da reingemischt. Die sorgen dafür, dass es eine gute Zusammensetzung hat, dass es schön flüssig ist, dass es schön cremig ist. Weil die ganzen Substanzen würden sich so auseinander trennen. Wir kennen das, wenn man eine Milch selber macht oder was zu Hause in den Kühlschrank stellt. Denn irgendwann setzt sich was ab. Da gibt es sogenannte Emulgatoren. Dann die Geschmacksverstärker. Also das ist ja jetzt mittlerweile so weit, dass das, da wird uns vorgetäuscht mit zum Beispiel Schweineborsten, ja, oder irgendwelchen anderen Sägespänen, dass da irgendwas drin ist, zum Beispiel Sägespäne, sondern so ein Himbeer- oder Erdbeertouch geben. Und man taut auf was rum und denkt, das könnte ein bisschen Erdbeere sein, ist es aber nicht. Sondern da sind ganz viele Geschmacksstoffe drin und das sind künstliche Aromen, für die der Mensch nie konzipiert war. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Stoffe, die mit E-Nummern überhaupt erst enden. Konservierungsmittel, Geschmacksverstärker, Emulgatoren und, 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 die dabei gemischt werden heute dem Essen. Und eine ganz wichtige Sache, vieles sehen wir ja nicht und wird nicht mal reguliert oder besser gesagt, ist ausgeklammert. Nämlich gibt es eine große Gruppe von Pestiziden, Herbiziden und man nennt die Pflanzschutzmittel. Hört sich eigentlich so friedlich an. Diese Pflanzschutzmittel, die sind aber besonders gefährlich und darauf werde ich in der Folge noch eingehen. Welche wissenschaftlichen Studien oder Erkenntnisse gibt es zu den Risiken von Lebensmittelzusatzstoffen und Beschichtungen wie eben Epil? Kannst du uns da mal einige wichtige Ergebnisse nennen? Ja, und zwar ein sehr wichtiges Ergebnis, was die Nummer 1, das Nummer 1 Obst bei uns in Deutschland betrifft, nämlich die Banane, ist die Studie von Ökotest. Ökotest hat herausgefunden, dass auf der Banane Imazalil und Bifentrin gefunden wurde. Und diese Sachen sind tatsächlich für den Körper sehr schädlich. Das heißt, Imazalil ist ein Fungizid. Dieses Fungizid wird, während die Banane wächst, zum Beispiel in diesem blauen Sack, in der die Banane wächst. Also Banane müssen wir uns mal vorstellen, wird in Guatemala, Costa Rica oder Ecuador größtenteils angebaut, die bei uns im Supermarkt liegt. Und dort wird erstmal ein großer Wald gerodet und dann diese Monokultur mit bestimmten Hybrid-Sorten dort angesetzt. Und diese Hybrid-Banane, die komplett genmanipuliert ist, wächst in einem blauen Sack, der genau diese Sachen enthält. Und dieses Fungizid, das wirkt so, dass es quasi den Körper, das Mikrobiom des Körpers angreift. Das heißt, der Körper hat auch sowas wie ein Pilz mit Zählen, ein Geflecht an Nervenzellen und ein Mikroorganismen, die auf eine probiotische Art und Weise zusammenarbeiten, nämlich für das Leben. Und da dieser Stoff genau darauf abzieht, dieses probiotische Leben zu zerstören, ist er besonders gefährlich und tatsächlich auch krebserregend. Das steht im Öko-Test und was Öko-Test offenbart, ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir wissen alle, dass Öko-Test allein schon die Infrage zu stellen ist. Aber wenn die schon was sagen, wie tief ist dann die Wahrheit darüber, wie toxisch beispielsweise Bananen sind, die ich als eines der ungesündesten Lebensmittel bezeichne und die prädiabetischen Zustände hervorrufen. Und dazu muss ich kurz was ausführen, denn es gab Videos im Internet, die diese These aufgegriffen haben und dazu Gegenvideos gemacht haben, ohne Folgendes zu wissen. Wenn man etwas isst, was keine Mineralien enthält, wie die Banane, aber ganz viel Zucker, nämlich Glucose und wenig, also viel Fruktose auch, diese Zucker, die gären sehr schnell. Wenn nicht Mineralien da sind, die bei der Verstoffwechselung dieses Zuckers helfen, dann entzieht die Banane dem Körper die Mineralien, damit diese Gärung aufhören kann und damit es verdaut werden kann. Das heißt, jedes Lebensmittel, was zu wenig Mineralien mitbringt, um sich selbst zu verdauen, wie diese an Monokulturen aufgezüchteten, in Pestiziden gewachsenen Bananen, die komplett grün geerntet werden, die nie Mineralien gesehen haben und die sollen dann angeblich Magnesium und Trotophan haben, wie in irgendwelchen Bildschirmen im Internet steht, das ist einfach falsch. Und die erzeugen prädiabetische Zustände deswegen, weil der Zucker kann nicht verdaut werden, der Blutzuckerspiegel steigt und wenn ich es ständig mache, kriege ich irgendwann Blutzuckerspiegelprobleme. Entweder Insulinresistenz oder du musst so viel Insulin produzieren, die Bauchspeicheldüse erschlafft und wir bilden ein Karzinom und das Schlimmste ist Bauchspeichendratkarzinom. Und sowas ist halt sehr gefährlich und deswegen ist die Banane für mich eines der toxischsten Lebensmittel, weil es am unerkanntesten ist, was da für Gifte drin sind. Vor allem aber die Chronobiologie ist ein gefährlicher Bestandteil dieser Banane, darauf muss ich kurz eingehen, denn die Banane wächst in Ecuador oder Costa Rica oder in einem lateinamerikanischen Land, wo wir am Äquator sind. Da sind ganz andere klimatische Bedingungen, ganz andere Sonneneinstrahle, das heißt eine ganz andere Klimabedingung. Und das heißt, die Banane ist angepasst, ihr Immunsystem, ihr Verhalten an die Lichtverhältnisse, die dort geherrscht haben. Es ist jetzt die Banane, taktet es mein Immunsystem darauf, dass mein Immunsystem denkt, ich bin jetzt im Sommer, ich habe eine Banane gegessen, die wächst ja da, wo Sommer ist. Das heißt, die Bio-Information, die Lichtinformation, die Quanteninformation, die Fritz Albert Popp schon gemessen hat, die signalisiert ganz klar Sommer. Mein Immunsystem stellt sich auf Sommer ein, das heißt, ich friere, mir wird kalt. Meine Immunantwort wird runtergefahren, das heißt, ich werde im Winter sehr viel frösteriger, kriege eine Grippe wegen einer Banane. Und jetzt überleg mal, wer hätte das gedacht, noch vor Jahren. Deswegen ist jetzt die Frage, von E-Nummern hin zu Lebensmitteln, die so künstlich sind, dass sie als Gesamt, als E-Nummer bezeichnet werden können. Die Banane ist eine der vollständig isolisesten, oder sag ich mal, der vollständig künstlichsten Pflanzen, die es heutzutage gibt. Aber diese Stoffe werden ja eigentlich erst in der letzten Wachstumsphase produziert. Nämlich dann, wenn die Banane oder eben auch die Erdbeere oder was auch immer reift. Also wo sie ihre Farbe bekommen. Nun wird ja aber alles grün geerntet. Ganz genau. Ist es dann aber trotzdem so? Richtig, du sagst es. Also, es wird von Nachreifen geredet. Die Forschung hat aber festgestellt, es geht gar nicht. Denn woher sollen denn die Mineralien kommen? Man sagt ja, ja, wenn die Banane reift, dann hat sie auf einmal mehr Mineralien. Aber Mineralien gehen ja nur über die Erde, wenn die noch am Stiel hängt, in die Pflanze rein. Das heißt, sobald eine Banane vom Versorgungsstrom abgeschlossen ist, zeigt die Forschung ganz klar, verfault sie. Und was so schön als Nachreifen bezeichnet wird, ist einfach nur ein Verfallsprozess. Der natürlich zu gewissen Molekülhochzeiten führt und neue chemische Verbindungen binden sich. Und es wird abgebaut und es kann auch mal braun werden. Und dabei kann auch mal durch die Fermentation ein Vitamin mehr entstehen. Aber eigentlich ist es ein Verwesungs- und degenerativer Prozess, der auch das ganze Licht aus dem Produkt abgibt. Das heißt, wir wissen ja heute, dass wenn wir etwas abschneiden, gehen die Bio-Photonen weg. Das Licht, die Lebenslinie schwindet. Deswegen haben Tiere auch keinen Kühlschrank. Die essen direkt vom Boden und kennen keinen Krebs. Wir lagern Sachen ein, versuchen die chemisch irgendwie so aufzubereiten, dass sie möglichst lange gut aussehen und möglichst sich nicht weiterentwickeln. Halten sie so im statischen Zustand. Und halten sie so statisch, dass man sie als ein konserviertes Lebensmittel oder künstliches Lebensmittel bezeichnet. Das heißt, dass wenn wir diese Lebensmittel essen, wir sogar heute an den Frieddürfen beobachten müssen, dass Menschen oder die Leichen nicht mehr verwesen, weil die so voller Konservierungsmittel sind, so voller die Sachen, die sich immer in der Statik halten, hauptsache nicht weiterentwickeln. Und diese Sachen sind alle in diesen, sag ich mal, Lebensmitteln drin, die jetzt fertig produziert sind. Da sowieso, aber auch in Bananen mittlerweile. Und wie du schon sagst, wenn wir die Mineralien nicht aus der Banane ziehen, zieht der Körper sie aus dem Knochen. Das heißt, die Banane übersäuert deswegen, weil sie keine Mineralien in sich hat und sie aus dem Körper zieht, weil sie so viel Zucker hat. Der Zucker muss verarbeitet werden und die ganzen Organe müssen betrieben werden. Das muss ja Verdauungsleistung, das kostet ja alles eine Währung und die Währung sind Mineralien. Das heißt, die Banane übersäuert. Punkt. Welche Rolle spielt denn Verbraucherschutzorganisation bei der Aufklärung über Lebensmittelzusatzstoffe und bei der Förderung sicherer Praktiken in der Lebensmittelindustrie? Ja, die Verbraucherschutzzentrale macht eine hervorragende Arbeit. Nur leider ist es so, dass sie komplett überfordert sind. Und leider auch von großen Industrien auch dazu geneigt zu sagen, hey, schau doch mal dahin, wo frisches Weizengras gezogen wird oder wo fermentiert wird. Denn da können sich ja die gefährlichsten Keime entwickeln. Das heißt, komischerweise muss ich in meiner Szene erkennen, die großen Unternehmen auf der Revolution, meine Partner, seien es bei Grashaftersteller oder irgendwelche Getränke oder Fermentationsprodukte, denen wird so genau bei der Arbeit zugeschaut, da sind die Verbraucherschutzzentralen, schlagen Alarm, wie bei uns auch, wenn dann mal was fermentiert ist und dann bildet sich ein falscher Pilz raus oder so, ist es gefährlich. Ja, klar. Aber als Experte, der weiß, was sein Handwerk macht und es seit Jahren macht, dann auf einmal jetzt so riesen Alarm zu schlagen, wundert mich und zeigt, dass die Verbraucherschutzzentrale eher Folgendes schützt. Und zwar die Interessen der großen Industrien, die darauf aus sind, dass die Menschen möglichst schnell, einfach und günstig konsumieren. Welche praktischen Tipps würdest du denn jetzt Verbrauchern mitgeben, die ihre Exposition gegenüber gefährlichen Lebensmittelzusatzstoffen reduzieren möchten? So viel unbelastend essen, also viel naturbelastend essen wie möglich. Das heißt, gucken, was wächst am Baum, was wächst auf dem Boden, was wächst um mich herum. Mundraub, eine wunderbare... Also was wächst hier vor Ort? Exakt. Im eigenen Garten. Exakt. Du machst es ja wunderbar, du hast deinen eigenen Garten, du kennst dich aus mit Wildkräutern. Da allein schon reinzuschnuppern, wäre für den Zuschauer jetzt schon mal, finde ich, ein toller Ansatz. Das reicht schon. Mal gucken, mache ich mir darüber Gedanken, gibt es für mich Sinn? Ja, diese E-Nummern sind in allen Fertigprodukten. Ja, es gibt eine Nicht-Zutatenliste. Das heißt, du als Verbraucher kannst gar nicht wissen, was da drin ist und ich weiß es. Ich habe nicht nur mit Leuten geredet, die Sachen herstellen, ich kenne die Techniken, ich weiß, was die Lebensmittel, Chemiker, da alles vor allem anreichen. Nein, ich sehe das und schmecke das auch. Diese Sachen sind künstlich und das sind immer Salz, Zucker und verschiedene Konservierungsmittel, Geschmacksverstärker, Emulgatoren und, und, und drin. Farbstoffe, Aromastoffe. Also es ist eine ganze Palette an nicht nur E-Nummern, sondern einfach verschiedene Stoffen, die da drin sind, die wir heute gar nicht mehr identifizieren und auch genau kennzeichnen können. Wir müssen das gar nicht mehr. Ich danke dir, David, für das tolle Interview. Es war wieder sehr spannend und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke dir für die Einladung. Wer Interesse hat, kann auf meiner Website auch mal nachschauen. Da habe ich tolle Entgiftungskunden und Möglichkeiten, sich noch weiter dazu zu bilden. Dankeschön. Prima, danke dir.